So, das hier ist die Poolanlage vom Turox Beach Resort, vom Hauptpool. Und das Hammergeile ist, wenn ihr hier so steht, seht ihr es genau, man denkt, man schwimmt direkt ins Meer hinaus. Es ist wirklich super, super schön, ganz, ganz toll. Hier jede Menge tolle Ligen und solche Riesenauflagen habt ihr hier auch den Ligen. Also es ist wirklich Luxus pur. Ja, und super schön. Und zum Strand, seht ihr hier selber, sind es wirklich noch keine Sekunden auf gut Deutsch. Wenn ihr hier an der Promenade seid, unten drunter geht direkt das Strand los. Das zeige ich euch jetzt auch gleich nochmal.